Einen wunderschönen guten Morgen. Heute direkt mit Mikro. Also stand zwar nicht vor mir, aber funktioniert. Nach dem Windows Update gab es gestern hier und da ein bisschen Soundprobleme. Das erste beim Vlog und dann später beim Stream, das ist der Output Sound, also die Musik, die ich immer spiele vor einem Spiel, dass die nicht zu hören war. Das war ein bisschen, naja. Aber heute sollte alles funktionieren, denn das Update ist ja jetzt schon ein bisschen her und ich habe ja alles eingerichtet. Von daher müsste es gehen. Es ist Sonntag, der 27.10.2019 um 10 Uhr und eine Minute. Wir haben diese Nacht eine Stunde länger schlafen können. Ich habe das sehr genossen, auch wenn ich heute ein bisschen mit Kopfschmerzen aufgewacht bin. Ich merke das immer, das ist so unterschwellig, leichter Druck auf den Schädel, aber ja, nicht zu ändern. Und momentan geht es aber. Ich möchte jetzt was frühstücken und ein bisschen was arbeiten. Mal gucken, ob jemand streamt. Ich glaube, Chili ist gerade live, da gucke ich da ein bisschen zu. Und von 12 bis 14.30, 15 Uhr, irgendwas in dem Dreh, werde ich ein bisschen Spider-Man spielen. Am Nachmittag muss ich auch noch ein bisschen Freelance arbeiten. Das geht leider nicht anders, aber das ist okay. Gibt ja auch Knete dafür, von daher macht man das ja ganz gerne. Äh, ich habe gestern Red Dead Redemption gespielt, dann habe ich auch streamen mit dem Buff ein bisschen Fallout normal gespielt, dann Fallout Battle Royale und dann noch ein bisschen Overwatch. Und ganz, ganz spät am Abend, gestern, irgendwann so gegen halb zwölf, um elf, halb zwölf irgendwas in dem Dreh, habe ich mal in dieses Spiel The Outer Worlds reingeschaut. Und ich muss sagen, das ist echt gut. Das sieht gut aus, das macht Spaß. Ist ein Rollenspiel, wo du ein bisschen skillen kannst und läufst rum und schießt auf Leute oder schießt die ab. Oder, äh, ja, keine Ahnung, du musst halt Dialoge führen und diesen Humor, den das Spiel mit sich bringt, der ist schon ganz witzig. Wobei, am Anfang war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, dass da alles nicht funktioniert in dem Raumschiff. So gefühlt alles eine technische Störung hatte, aber ich muss schon sagen, es ist ein schönes Spiel und es war, glaube ich, ein Fehler, da einfach mal so reinzuschauen. Es hätte gereicht, das woanders in Streams zu gucken, aber nein, ich musste ja selber kicken. Wenn ihr einen Blick wagen wollt und vielleicht ein bisschen Zeit habt, holt euch den Microsoft Game Pass für PC. Der kostet momentan 1 Euro für 30 Tage. Nach den 30 Tagen wird er, glaube ich, 93 kosten. Ist die Frage, ob man den dann noch länger braucht oder ob man in den 30 Tagen das Spiel durchgespielt hat. Und dieses Spiel Outer Worlds, was ein Vollpreistitel ist für 60 Euro, irgendwo kriegst du es bestimmt auch für 50 oder so, ist halt in diesem 1 Euro Pass mit drin und das Spiel ist echt sehr empfehlenswert. Jetzt solltet ihr euch auf jeden Fall angucken und ja, selbst wenn man dann feststellt, nach zwei Stunden Öl ist doch nicht meins, ist der Euro jetzt nicht unbedingt verkehrt angelegt, weil es gibt ja noch 99 andere Spiele, die man damit spielen kann. Ja, also ich werde jetzt was essen und ein bisschen Stream gucken. Jermaine ist auf dem Weg in die Uni auf den Sonntag, wo ich so denke, was? Sonntag-Uni? Krass. Benni, werde gesund, ne? Schone deinen Hals, Zwiebelsaft, Tee, heiße Milch mit Honig, was auch immer. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, um 12 und ansonsten morgen beim nächsten Technik-Vlog. Wettertechnisch haben wir ein bisschen die Arschkarte heute in Berlin. Grau und Grau und Regen. Aber es ist Herbst. Es ist Herbst, das will man erwarten, ne? Es ist jetzt diese miese, fiese Jahreszeit, wo man eigentlich nicht mehr so viel mit dem Rad fahren kann. Es sei denn, man hat Bock drauf, sich auf die Fresse zu legen und nass zu werden. Äh, ja. Was soll's, laufe ich halt wieder mehr, tut mir, glaube ich, auch ganz gut. Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen Sonntag, lasst es euch gut gehen und startet morgen gut in die neue Woche. Also, bis dann. Tschüss.